Willkommen zurück bei Let's Play Anti-Chamber Und die Lösung ist natürlich wie immer simpel und genial Man kann hier nämlich mit Rechtsklick die Einzelnen wegnehmen und so verhindern Dass diese ganzen Dinge verschwinden Weil wenn ich jetzt den am Rand wegnehme, würde alles verschwinden Aber wenn ich das so nehme, dann habe ich viel viel mehr als normalerweise So, 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 so Nein, seht ihr, dass gerade einer verschwunden So, so, so Man kann da drauf kommen, wenn man genau aufpasst Aber, naja, wer passt schon genau auf? Na, alle, außer ich wahrscheinlich Ähm, muss ich jetzt an der Seite oder in der Mitte anfangen? Ich weiß es gar nicht genau, an der Seite, okay Nein, einen verloren, nein, noch einen verloren Ich habe bisher drei verloren, vier verloren, fünf Ja, schon wieder So, jetzt habe ich viel viel mehr als vorher So, die auch alle mitnehmen Ich glaube, die können nicht verschwinden Würde mich wundern, wenn sie könnten Weil ich meine, die sind dann keinem richtigen verbunden Jetzt guck mal, wie viel ich jetzt habe Und jetzt kann ich auch andere Sachen öffnen Was kann ich denn öffnen? Ähm, ich öffne mal Das Ja, falscher Knopf So So, lalalalalalalala Alles voll machen So gehört sich das Hier auch Jetzt bin ich gespannt, wo ich hier lande Es reicht nicht Warum reicht es nicht? Wir müssen wieder verarschen Es hat bei dem Video auch gereicht Verschwinden jetzt alle? Nö Jetzt sind aber welche verschwunden Na, ich gehe nochmal neu hin Verdammt Konzentriere mich gerade mal wieder Ich weiß, es passiert nicht häufig, aber Ich möchte hier nicht wieder einen Fehler machen Hier ist noch So, hier noch Und ich habe alle Also wenn es jetzt nicht reicht Hier habe ich auch alle So, jetzt bin ich mal gespannt Weiter Und hier Bin ich jetzt richtig? Ich kann es nicht genau sehen Sollte passen Ja, es reicht und ich habe Zwei übrig Mastering a skill request practice Ich bin schon wieder am Ausgang Kann ich? Hey, das geht nicht Natürlich nicht Oh Halfway through Is halfway finished Halbes Glas Ist mein Glas jetzt halb Voll oder halb leer? Hm, wo bin ich hier? Ich gehe mal hier lang Ah, das war falsch Some problems just come down to size Hier Ach War ich hier schon? Ich glaube ja Ah So, jetzt kann ich hier doch auch alle wegnehmen Also das habe ich geschafft Ab Ach, ist das nicht Ich gehe da mal nicht rein Dann verliere ich alles Ist hier irgendwas? Hm, ich gucke mich hier mal genau um Weil ich glaube, hier waren wir noch nie Da war ich nicht hergekommen Da sieht es interessant aus Und hier Mist Ach, nee Wächst noch Gut Kann ich hier so machen Einfach mal alles ausfüllen Und so Gut Weiter There is no need to take apart what already works Ich weiß noch nicht, was das jetzt damit zu tun hatte Aber egal Ich gehe einfach mal hier weiter Einfach nur um zu wissen, was hier ist Ach, jetzt bin ich wieder hier Ändert ihr euch noch? Hier war ich doch schon mal, oder? Ich kann mich zumindest gut dran erinnern Wo ich hier nicht Da ist die gelbe Waffe Ich will zur gelben Waffe Gib mir die ganzen Dinger Ähm, ich habe da auch was dazu So, so So, so, so Jetzt geht es nämlich in der Mitte auf Wenn ich ihn jetzt wegnehme Geht dann mal der in der Mitte wieder weg Habe ich immer mehr So, jetzt nehme ich den und den mal weg Mach so, 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 so Gehen alle drei weg Ähm, so So, jetzt habe ich nämlich mehr als genug Müsste ich zumindest Um hier lang zu gehen Hier war ich noch nicht Okay When you, what When you, what you have Is not enough And ways to turn it into move Ich will da rein Huh Lol Oh Wieder so ein schönes Ding Rein damit hier Ich weiß zwar nicht, was du bringst, aber Ist immer gut, dich zu haben Also, das kann nicht schaden Hoffe ich Ähm, ja Ähm, ja Jetzt habe ich hier ein Problem Keine Ahnung, wie ich das hier mache Ich mache hier mal nochmal zu Ist vorher wahr Ich habe da nämlich schon meine Idee Ah, leck So, 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 so So, nein Nein, so, so So Das jetzt wegmachen Warum reicht das nicht Keine Ahnung, ich gehe jetzt mal woanders hin Hier kommt, hier müsste ich ja jederzeit zurückgehen können Weil ich hier, war ja jetzt hier schon mal Was war denn hier Einfach mal nachgucken So Boah Ach, das war ja das hier, wo ich mich immer so verarscht gefühlt habe Ich kann ja jetzt wieder mitnehmen Dann mache ich einfach mal so Tja Da habe ich doch gleich wieder ein paar mehr Alles meins Ich will nämlich versuchen, mich mit denen hier jetzt hier hochzubauen So, 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 so Ähm Ich weiß ja gar nicht mal, ob Oh Komme ich hier nicht ran? Doch, komme ich Ach, diese Treppe hier oben ist jetzt echt Ach, da ist wieder so ein schönes Ding Naja Interessant Auf jeden Fall Hm Was war denn hier? Ich gehe mal weiter Sometimes we only have just Ich nehme dich einfach mal mit, ne? Hast ja nichts dagegen Gut Ich gehe mal hier lang Keine Ich habe schon wieder keine Ahnung, wo ich bin, aber Pff Das ist bei dem Spiel nichts Besonderes Man weiß ja hier nie, wo man ist, oder? Nein, das war die nicht Ähm Ui Ach Äh, ich komme da durch Moment, so Lass mich durch, danke Gut, hier war ich noch nie With more experience, previous challenges aren't so difficult Okay Hm Okay Äh Was? Ich habe ja einfach ein bisschen rumgemacht, wo es immer ging Ja, ich will mich nicht beschweren Warum falle ich meine Sachen nicht? Ich will mich ja nicht beschweren, aber Ich beschwere mich irgendwie doch Keine Ahnung If you are missing information, it's easy to be mislead Ich verstehe die meisten schon, aber ich habe keinen Bock, die zu übersetzen Irgendwie Oder soll ich das übersetzen? Ich weiß es nicht Naja Äh Was? Äh So geht das nicht Ich verstehe es nicht Warum bin ich jetzt auf einmal ganz woanders? Jetzt bin ich hier Ich bin hier noch oben Hier war doch so eine unsichtbare Treppe Ja genau Hier war eine unsichtbare Treppe Das kennen wir schon Ich bin hier durch Ich bin hier durch Ähm, Moment So, so Connecting the pieces can solve a puzzle Ja, ich verliere hier doch meine Dinger sofort Ich glaube, hier bin ich falsch Kann ich da hin? Nö Ah, egal Hm Ich habe noch elf Minuten Ich glaube, das wird nix A bucket's cover Hidden behind glass Was war denn das? Ach, hier war ich Weil es kam mir so irgendwie Naja, keine Ahnung Ähm, wo kann ich denn noch lang? Hier Cry me a river Hier komme ich doch auch jetzt weiter Oder nicht? Ich habe dann gerade mal geguckt Auf der Map Wo noch Platz ist Und hier scheint Platz zu sein Kann ich nämlich das auch saugen Und das habe ich übrigens nicht nachgeguckt Darauf bin ich jetzt gerade gekommen So ein paar Stellen Naja So, das müsste doch eigentlich passen Na, das nicht Aber das Und drüben Building a bridge can get you over a problem Wie soll das jetzt schon wieder gehen? Meine Fresse Jetzt bin ich aber Habe ich schon wieder einen neuen Raum Fall geschaltet Das ist schon nicht schlecht Was war denn da unten? Ach, da war das Hier, wo Exit stand Ja Hm Ich kann nochmal hier hingehen In den Ach, neun Minuten Oh, Mist War schon gar nicht Wieder schon Wie lange ich schon aufnehme Oh, Mist Das war falsch Lass mich ja im Neu hin So, so So, so, so Kennen wir So, so, so So, jetzt kriege ich meinen anderen Weg Ich geh mal hier hin Jetzt sollte das ja auch reichen Genau Ich versuche, dass nichts weggeht Schade, das ist etwas weggegangen Allermeisten habe ich doch bekommen Ja, schaut mal an Ist jetzt noch keiner weggegangen Ist jetzt noch keiner weggegangen, oder? Also hier von dieser Seile außen Jo Hier war ich schon Dann komme ich nicht weiter Hier ging ich nur im Kreis Das heißt, ich versuche es hier mal So Und so Oh Oh, man kann hier auch Lol Mist, da geht es irgendwie nicht weiter Ich glaube, da war ruhig eine gelbe Knarre oder so Ey, es hätte eigentlich klappen müssen Hier Das ist genug Platz Moment Zumindest hat man dann hier genug grüne Kugeln Naja Ähm Wo kann ich denn noch hin? Sechs Minuten nur noch Äh Ich glaube, dann ist der Part lang genug Bis zum nächsten Mal Bis dann Und tschüss Bis dann